Nachdem wir uns jetzt die Grundlagen von Digital Assets aus Houdini für die Houdini Engine angeschaut haben, möchte ich Ihnen in diesem Tutorial ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte ein neues Asset mit Ihnen bauen und Ihnen zeigen, wie dieses nach Maya und Cinema 4D gebracht wird. Exemplarisch können Sie dann natürlich das gleiche Asset auch für Unity oder eine andere Engine-Variante bauen. In diesem Tutorial möchte ich gerne über ein sogenanntes Scatter-Element nachdenken. Ich liefere ein Objekt, zum Beispiel eine Ebene oder eine geskyptete Oberfläche und dieses Asset soll dann auf dieser Oberfläche ein anderes Objekt beliebig platzieren. Nun, bauen wir das Ganze zuerst einmal in Houdini selbst. Hierzu gehe ich jetzt hier erst einmal hinein und ich brauche ein Objekt, auf dem ich arbeiten möchte. Ich hätte gerne eine Ebene und eine Ebene heißt innerhalb von Houdini eben Grid. Daher drücke ich hier die Tab-Taste und sage, ich hätte gerne ein Grid. Voila. Ich kann hier ein bisschen herausgehen. Und um direkt nun arbeiten zu können, wechsle ich per Doppelklick in mein Grid hinein. Sie sehen also hier oben die generierende Node. Und damit das Ganze ein bisschen schneller läuft, setze ich hier einfach mal Rows und Columns auf 5. Das heißt, wir haben 5x5 Polygone hier. Und was ich nun möchte, ist, ich möchte ein anderes Objekt platzieren. Ein Konzept, was jetzt Leuten, die aus anderen 3D-Programmen etwas seltsam erscheinen mag, ich stehe hier innerhalb dieses Grids, aber ich kann nun hier auch weitere Objekte hinzufügen. Das ist einfach so zu verstehen, dass hier dieses Grid eben ein Container als Object ist. Das heißt, wenn ich hier herausgehe, sind wir hier im Scene-Kontext und das ist eben eine Object-Node. Und diese erste war eben ein Grid. Aber wenn ich hier hineingehe, so stehe ich hier im Geometry-Kontext und hier kann ich also beliebig Geometrien bauen und diese dann, wenn ich möchte, merchen oder ähnliches, dann herausbringen. Das heißt, hier können wir weitere Nodes hinzufügen. Und das machen wir jetzt auch kurz. Ich gehe also hier rein und sage, ich möchte gerne eine Sphere hier platzieren. Und diese Sphere ist im Moment nicht sichtbar. Das liegt daran, dass wir hier im Geometrie-Level immer nur ein Objekt rendern können. Das heißt, wenn wir hier das Grid anwählen, rendern wir das. Sie sehen das hier in diesem blauen Icon. Wenn ich jetzt jedoch die Sphere noch wähle zusätzlich, so kann ich zwar die Eigenschaften sehen, aber ich kann das Objekt nicht sehen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann zum einen hier das ganze Templaten lassen. Das ist also hier das nächster Element, was ich hier an der Note habe. Das wäre also ein Template. So kann man also zwei Dinge trotzdem sehen. Oder wenn Sie wirklich Geometrien verheiraten wollen, so gibt es hier eine Merge-Funktion. Ich zeige Ihnen das nur ganz kurz mal. Und diese Merge-Funktion ist eben dafür da, dass man zwei Objekte vermergt. Und dann kann man hier eben die Render-Einstellungen hier auf dieses Merge verhalten. Und dann sieht man eben beides gleichzeitig. Brauchen wir in unserem Fall nicht. Ich wähle das Ganze, drücke Backspace und damit verschwindet das Ganze. Denn wir brauchen diese beiden Elemente jetzt ja, indem wir auf diesem Grid nun dieses Viers platzieren. Also wir werden sowieso eine andere Ausgabe bekommen. Und um dieses Platzieren durchzuführen, verwenden wir eine Node, die heißt Copy. Und diese Copy-Node hat zwei Inputs. Wenn Sie Houdini laden, ist es natürlich manchmal nicht ganz einfach herauszufinden, für was solche Ports sind und ähnliches. Ein kleiner Tipp. Gehen Sie mal über eine Node und halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt. Dann bekommen Sie hier Informationen, unter anderem, ja, wo diese Node lebt, also unter Object, Grid, Copy 1. Wir haben hier Informationen, wann das ganze Element erzeugt wurde, wann es das letzte Mal geändert worden ist, wie lange es gekocht hat, also geguckt hat. Das heißt letztlich, ja, wie lange sie berechnet hat. Gucken meint eigentlich, dass ein Skript berechnet wird und vieles mehr. Und wenn Sie über einen Eingang hier gehen und hier mit der mittlere Maustaste drücken, so sehen Sie eine Dokumentation. Dieser Input 1 braucht ein Primitive to Copy. Also das ist das Element, was kopiert wird. Und das wäre in unserem Fall eben die Kugel. Wenn wir jetzt hier über den zweiten Eingang gehen, mittlere Maustaste gedrückt halten, so sehen wir Template to Copy to. Das heißt, das Element, auf das kopiert wird. Und das ist hier unser Grid. Und wenn wir das nun verlinken und hier unsere Renderflag auf Copy 1 einschalten, so sehen wir das Ergebnis, was wir erwarten. Wir bekommen nun für jeden Punkt hier auf diesem Grid eine Kugel serviert. Soweit also zuerst einmal die einfache Verteilung unserer Kugeln. Das wäre es eigentlich das, was ich gerne demonstrieren möchte. Wir werden das gleich noch weiter ausbauen. Um daraus jetzt ein Digital Asset zu machen, können wir natürlich, wie wir es vorher gemacht haben, alles hier wählen und dann ein Subnet daraus machen. Aber was ich gerne möchte, ist, ich möchte später aus zum Beispiel Maya oder Cinema hier diese Elemente hier austauschen. Das heißt, wenn ich diese nun direkt in das Subnet reinbacke, so sind sie letztlich wirklich drinnen. Und dann können wir sie von außen schlecht austauschen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Informationen an ein Digital Asset zu liefern. Ich zeige Ihnen in diesem Tutorial einen Weg und ich werde Ihnen in einem nächsten Tutorial noch einen anderen Weg zeigen. Also, ich wähle dieses Mal nur diese Copy Note aus und werde nun ein Subnet daraus erzeugen. Das Subnet entsteht und das Geheimnis an einem Subnet ist, dass es Eingänge hat. Und das sieht man hier. Diese beiden Elemente liefern nun ihre Daten an das Subnet durch diese Eingangsports. Und das werden wir gleich nutzen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf das Subnet, machen eine rechte Maustaste-Klick und sagen nun Create Digital Asset, wie wir das vorher auch gemacht haben. Wir benennen das Ganze, zum Beispiel Digital Asset und wir nennen es einfach mal Simple Cloner und speichern das Ganze vielleicht hier auf meinem Desktop ab. Wir sagen Accept. Das Ganze wird angelegt und wir werden jetzt hier erst einmal gar nichts ändern. Ich gehe einfach auf Accept. Damit ist das Ganze gespeichert. Nun können wir auch schon wechseln, zum Beispiel hier nach Cinema 4D. Hier lade ich mir nun über Pipeline Houdini Engine dieses Asset. Ich gehe also auf meinen Desktop und wir laden nun hier unseren Simple Cloner hinein. Das dauert beim ersten Mal natürlich wieder eine Zeit lang. Die Houdini Engine muss starten. Und wir bekommen ein Asset hier in unserer Objektieregie. Aber dieses Asset ist rot. Und Sie erinnern sich, rot heißt, hier fehlen noch Daten oder der Cook funktioniert nicht. Also wählen wir das Asset mal aus, gehen hier auf Asset. Und wenn wir uns das nun hier anschauen, sehen wir also hier diese beiden Input Slots. Das heißt, hier brauchen wir noch Informationen. Wir machen jetzt das gleiche wie in Houdini. Wir gehen einfach hin und sagen, wir haben hier eine Ebene mit NB. Lasse ich mir mal anzeigen, was ich hier habe. Okay. Ist ein bisschen klein. Ich wähle mal die beiden Parameter und halte die Control- bzw. Apfeltaste gedrückt. Dann kann ich das Ganze ein bisschen hier vergrößern, und zwar proportional. Und dann sage ich, ich hätte gern 10 mal 10 Unterteilungen. Damit hätten wir unsere Ebene. Und jetzt wollen wir zum Beispiel auch kleine Kügelchen haben. Also wir haben hier eine Kugel. Machen sie ein bisschen kleiner. Nun gehen wir hin, wählen unser Asset und ziehen nun die entsprechenden Ports hier die Elemente. Und jetzt sehen Sie, dass die Beschriftung Subnetwork Input 1 und 2 nicht so intelligent sind. Aber ich erinnere mich noch, der Port 2 war die Ebene und Port 1 hier ist die Kugel. Und nach kurzer Zeit sehen Sie, ist unser Asset zufrieden. Es ist grün und wir bekommen genau unseren Kloner, wie wir das also auch in Houdini gehabt haben. Sie sehen also, das sieht schon ganz gut aus. Diese Elemente können wir jetzt hier ausblenden. Und wir können uns dann hier also damit beschäftigen, dass wir das Ganze entsprechend anpassen. Soweit also hierzu. Schauen wir uns das Ganze auch noch in Maya an. Auch hier machen wir ziemlich den gleichen Prozess. Wir gehen also hier nach Houdini Engine, gehen auf Load Asset und laden nun hier unseren Simple Cloner. Wir gehen auf Open. Das dauert wieder eine Zeit lang. Voila. Und wir bekommen hier direkt auf unserem Asset, ich zeige auch hier mal wieder den Outliner, hier unsere beiden Input Ports. Hier machen wir also das Gleiche. Wir gehen also hin, erzeugen uns zuerst einmal einen Grid. Ich vergrößere mir diese Ebene einfach schon mal ein Stück, damit wir ein bisschen besser sehen. Wir setzen diese auch auf 5x500 Teilungen. Und ich wähle diese Plane aus und drücke direkt Ctrl-H, um diese unsichtbar zu machen. Ich muss diese nicht sehen. Dann gehen wir hier auf eine Kugel, machen diese ein bisschen kleiner, zum Beispiel vom Radius Komma 5 und machen auch diese mit Ctrl-H unsichtbar. Nun können wir unsere Verlinkungen vornehmen. Ich wähle mir zum Beispiel zuerst einmal die Sphere und dann mit gedrückter Ctrl- oder Apfeltaste hier meinen Cloner. Nun muss ich das passende Port wählen. In meinem Fall, dass die Kugel ist, ist das Port 1, also Set to Selection. Das wird eingetragen, aber wir bekommen immer noch eine Cook-Fehlermeldung. Das macht aber nichts. Ich wähle hier meine Plane und meinen Simple Cloner. Set to Selection hier. Und nun sehen Sie schon, voila, es funktioniert. Also, damit ist unser Asset also zuerst einmal so weit, dass wir, wenn wir wenigstens wissen, was diese beiden Inputs sind, hier unseren Cloner wunderbar einsetzen können. Nun wechseln wir aber zurück nach Houdini und schauen uns einfach mal kurz an, wie denn dieses Subnet hier eigentlich arbeitet. Und dazu wählen wir dieses aus und gehen in die Type Properties per rechter Maustaste. Wir haben noch kein User Interface, aber wenn wir hier mal durchschauen, so haben Sie hier vorn unter Basic die Einstellungen, wie viele Inputs unser Element hat und wie viele Outputs. Und hier hat Houdini selber entschieden, dass es zwei Inputs gibt. Und das stimmt ja auch, denn diese Inputs hatten wir ja vorhin belegt. Wenn wir jetzt hier nach hinten gehen, gibt es hier einen eigenen Tab für Input und Outputs. Und wenn wir darauf gehen, sehen wir, diese beiden Inputs können wir verlabeln, also mit einem Namen versehen. Und das ist natürlich ideal, denn so können wir dieses Element ein bisschen artistfreundlicher machen. Der Input 2, das sehen wir hier, ist das Grid. Also hier sagen wir zum Beispiel mal, das ist die Ebene oder die Klon-Ebene, vielleicht sowas. Und der Input 1 ist das Objekt selbst, was wir klonen wollen. Also Klon-Objekt. Ein Klick auf Apply. Das Element hier auf meiner Festplatte beziehungsweise auf dem Desktop wird aktualisiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal nach Maya wechsle, Maya aktualisiert hier automatisch, das ist ganz praktisch, kann ich nun einfach hier hineingehen. Das Dialogfeld können wir kurz zur Seite schieben und einfach mal kurz hier auf Reload Asset klicken und schon sehen wir hier Clone-Objekt, Klon-Ebene. Jetzt ist das Ganze schon ein bisschen artistfreundlicher. Jetzt wollen wir aber das Ganze auch in Cinema uns noch kurz anschauen. Hier müssen wir also Folgendes tun. Wir müssen einfach kurz dieses Asset hier herauslöschen und dann mit Pipeline einfach nochmal neu laden. Aber das ist ja auch schnell gemacht. Und verlinken es nun. Und Sie sehen, auch hier kommen die Namen wunderbar an. Clone-Ebene, Clone-Objekt und schon ist alles auch hier durchgeführt worden. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir wollen dieses Asset noch ein bisschen in Houdini aufbohren. Hierzu wechsle ich wieder zurück nach Houdini und wir wechseln einmal kurz in das Subnet hinein und Sie sehen, dass unsere beiden Eingänge hier auch entsprechend benannt worden sind. Das sind also unsere beiden Eingänge und was wir jetzt machen wollen, sind ein paar Anpassungen, was eben der User durchführen soll. Zum einen hätte ich ganz gerne, dass diese Klone hier skaliert werden können, denn je mehr wir hier platzieren, desto vielleicht ja zu groß sind diese Elemente. Nun haben wir hier in der Copy Node entsprechend hier einen Uniform Scale, aber dieser scheint am Anfang gar nicht zu funktionieren und das liegt daran, weil wir hier oben noch eine Option haben, die heißt Transform Kumulativ und wenn wir das herausnehmen, dann funktioniert das also auch korrekt. Also das funktioniert. Setzen wir das Ganze kurz wieder auf 1 zurück. Das heißt, diese Option hätte ich gerne. Um diese Option jetzt in unsere Type Properties zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir gehen zum einen natürlich hier heraus und können unser Subnet hier kurz wählen, in die Type Properties Einstellungen wechseln und könnten diese Elemente hier nach Parameter wieder per Drag & Drop hinzufügen. Das haben wir aber schon mehrfach getan, daher brauchen wir das jetzt hier nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es auch. Wir könnten hier auf From Node gehen und uns hier nun durch unser Subnet hindurchquälen. Wir könnten dann die Copy Node suchen, wir könnten dann die Attribute suchen und hier irgendwo sind die Elemente. Das ist ganz praktisch, wenn wir mehrere Parameter hier hinein kopieren wollen per Drag & Drop, aber im Moment finde ich das nicht notwendig. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die manchmal ganz praktisch ist. Wichtig dafür ist, dass Sie hier dieses Type Properties Fenster irgendwo offen haben und wenn Sie das haben und jetzt hier zum Beispiel irgendeinem Parameter begegnen, zum Beispiel hier diesen Uniform Scale, den Sie gut finden, so gibt es direkt mehrere Möglichkeiten. Sie können per rechter Maustast hier draufklicken und hier sagen Export Parameter to Type Properties oder Alt-Mittlerer Mausbutton klicken. Wenn Sie das machen, sehen Sie, wird dieser Parameter jetzt hier also direkt hinzugefügt und ich muss das hier mal irgendwie ein bisschen verbreitern, so vielleicht, genau und so haben wir also hier den Parameter mit in der Liste und können jetzt eben zum Beispiel Clone Skalierung das Ganze nennen. Voila. Mit Apply wird das sofort zugewiesen. Sie sehen auch hier, die Expression taucht schon auf und wir können uns das hier kurz anschauen, wie das aussehen wird auf dem Subnet und wir haben hier schön einen Slider. Damit dieser Slider noch ein bisschen angepasst wird, vielleicht wollen Sie nicht alles erlauben. Sie haben hier die Typen, also wie dieser Slider aussieht. Float wäre eben ein Slider. Sie können aber auch hier ja andere Dinge wählen, aber das wäre hier ganz okay und was ich ganz gerne möchte, ist hier die Range festlegen. Also hier hat man eine Range und kann sagen, okay, also ich hätte die Klonskalierung zum Beispiel von ja 0,01 bis zum Beispiel höchstens 10 und beides können wir hier also auch mit einem Schloss sichern, sodass eben der User da nicht herausfallen kann und wenn man das macht, so sieht man also hier, wenn er den ganzen links zieht, er kann nicht kleiner werden als 0,01. Das sind also Ideen. Sie haben auch die Möglichkeit, hier hinein zu gehen, auf Channel zu wechseln und hier haben Sie eben einen Default-Wert, den Sie eingeben können. Auch das kann interessant sein, um eben hier dem User sinnvolle Vorgabewerte zu geben. Das nächste, was wir machen wollen, ist ein bisschen mehr tricky. Ich gehe mal in meinen Subnets hinein und das können wir auch mal kurz accepten hier. Was ich ganz gerne machen möchte, ist, ich würde ganz gerne hier hineingehen und hier diese Punkte wild verteilen. Das heißt, ich möchte gerne eine Option einführen, dass diese Elemente nicht alle in einer Ebene liegen, sondern vielleicht verteilt sind. Dass diese Ebene eben nur eine Idee ist, wo sich die Punkte befinden. Und hierfür gibt es eine Node, die nennt sich Scatter. Und die Scatter-Node hier erzeugt einfach im Moment eine Anzahl von 1000 Punkten abhängig von ihrem Eingang. Sie erinnern sich, mittlere Maustaste, klickt da drauf, sagt, okay, Geometry to Scatter Points onto. Ja, also er platziert auf dieser Geometrie beliebig viele Punkte, die Sie hier auswählen. Ich gehe jetzt mal hin und sage, ich möchte höchstens 50 Punkte haben zur Zeit. Und dann gehen wir hin und überlegen, was wollen wir haben. Und das wäre unsere Ebene. Und hier ziehen wir also eine Strippe hier hoch und bekommen damit, wenn ich das mal auswähle, hier auf dieser Ebene 50 Punkte oder 100 Punkte. Das wäre also eine Möglichkeit. Und diese Punkte können wir wiederum verwenden in unserer Copy Note, indem wir hier einfach sagen, okay, ich möchte aber hier diese Elemente hier passend zu diesen Punkten verteilt haben. Also wir haben jetzt eine zweite Variante gebaut. Und wenn ich jetzt kurz hier mal hier rausgehe und hier meine Clon-Skalierung mal ein bisschen runtersetze, wie praktisch, dass wir schon diesen Parameter haben, so sehen Sie also jetzt recht schön, wie dieses Scatter nun arbeitet. Man kann also jetzt hier eine beliebige Punktanzahl auswählen. Und weil das so schön war, möchte ich diesen Parameter natürlich jetzt auch haben. Das heißt, wir gehen kurz rein, öffnen unsere Type Properties wieder. Ich kann sie auch da unten einfach geöffnet lassen. und dann gehen wir hier hinein und sagen hier, dass dieser Count eben auch in die Type Properties exportiert wird. Und dann nennen wir das einfach mal Clonanzahl. Müssen wir nur noch eine Sache lösen. Denn wenn wir jetzt das so verlinkt haben, können wir eben die Klone nicht mehr gleichmäßig haben. Das heißt, ich möchte ein Entweder-Oder mit einbauen. und hierfür gibt es eine Note mit dem Namen Switch. Und eine Switch-Note macht genau das, was der Name sagt. Wir haben eine beliebige Anzahl an Inputs. Wir können einfach mal das Original nehmen und einmal einfach mal, das war mal kurz rückgängig, ich hoffe, ein bisschen Platz, und einmal, ja, diese Scatter-Punkte. Das heißt, wir haben nun zwei Eingänge. Einmal die Original-Punkte, einmal die gescatterten Punkte und diesmal verlinken wir eben die Copy-Note mit dem Ergebnis des Switches. Die Switch-Note hat hier seine Eingänge und hier einen Select-Input-Slider und wenn wir also zwei Elemente haben, ist der Input, wenn wir das hier auf Null stellen, eben der erste Input, das wäre also das Original, also die Ebene, und wenn wir das Ganze hier auf 1 ziehen, so werden die gescatterten Punkte benutzt. Und so könnten wir jetzt natürlich noch mehrere weitere Varianten hier ziehen, aber in unserem Fall brauchen wir das gar nicht. Aber damit können wir jetzt hier umschalten. Und diesen Slider brauchen wir jetzt natürlich auch wieder in unseren Type-Properties. Soweit also zum Setup. Jetzt haben wir also die Klonanzahl, wir haben hier die Skalierung und wir wollen hier also auch noch dieses Feld festlegen und sagen hier einfach mal random. und damit wir das Ganze, wenn wir uns das hier anschauen, als schönes User-Interface-Element bekommen, im Moment haben wir ja einen Slider, ist vielleicht nicht wirklich offensichtlich, aber wir haben zwei Eingangsmöglichkeiten, können wir hier also von Integer umschalten auf Toggle, das wäre also ein Schalter und dann können wir also hier das Ganze nun hin und her klicken. Nachdem wir das also gemacht haben, können wir accepten, das Ganze wird wieder gespeichert. Nun wechsle ich einfach herüber nach Maya und lasse mein Asset reloaden. Nachdem das Asset nun reloaded worden ist, sehen wir also nun, jetzt haben wir auch diese Elemente hier. Wir haben also hier unseren Scaler für die Klone, haben die Klonanzahl, aber das bringt natürlich nichts, weil die Klonanzahl ist nur im Moment sinnvoll. Setzen wir das mal schön runter. Hier random aktivieren. Wenn wir also random aktiviert haben, können wir hier also jetzt hineingehen und hier jetzt also diesen Wert zum Beispiel mal auf 10 setzen oder auf 30 und dementsprechend haben wir nun unsere Verteilung hier auf der Oberfläche. Schauen wir uns das Ganze zum Abschluss dann noch in Cinema 4D an. Hier müssen wir leider neu laden. Das heißt, wir schmeißen dieses Asset heraus, laden uns ein neues beziehungsweise unser Standard Asset, Simple Cloner. Da ist er und verlinken schnell unsere Elemente wieder. Ebene und Kugel. Damit sehen wir also wieder unser Kugelfeld und wenn wir jetzt hier einfach mal reingehen, so können wir unsere Klonskalierung hier wieder anpassen. Wir können random setzen und wir können hier die Elemente platzieren. Soweit also zum etwas aufgebohrten Digital Asset mit Eingängen. Damit dann noch nicht mehr und wir können mit Eingriff die Eingriff die Eingriff und wir können das noch nicht mehr ab princesses auf die Kugel unter e def Untertitelung des ZDF, 2020